die haben holy death vox demon ach simon wen haben wir denn da Hexer ist er jetzt anscheinend ja man hat wahrscheinlich ein kind gekriegt nein so lange nicht holly nicht von dir auf andere schließen wer ist das ja man kennt sich so aus dem bg über die jahre hinweg echt aber das kleine begrüßte auch ich kenne die auch ich kenne sie glaube ich auch noch sogar von gudan selbst weil die gilden alles kenne ich ja noch das müssen uns aber anstrengen hier ne warum ich denke mal die gegner werden auch nicht schlecht sein wie incident entweit haben kriegst du da garantiert nur grob jetzt kann durchaus sein warte mal die haben krönchen was haben die bönchen nein krönchen suche ich mal aber ne der rogue und ein hunter sind nicht sichtbar ich seh keine kronen bei denen ja gut wir strengen uns ja immer an ist das so entschuldigen das sind fix news die pauline holt genau ist auch gut doch was geben erst mal gucken dass auch irgendwas kommt ich meine ich läuft schon durch nur standarte dass der pali ja oh in betreibt sehr gut ist der nächste hinter uns steht noch ein jäger hinter dem baum richtig fett schaden oder sind schon welche raus auch diese nur noch zu zweit zu acht also wenn er schon links geholt wird das sind die anderen jetzt diesen haben wir uns am friedhof er ist nämlich man da der macht okay wenn ihr dahin geht dann ist unsere plage entgegen so wer hat die alles unter uns verteilt oh gott direkt abfahren aber das wird übel mhm er hat nur noch double jump ne ja der ist nicht mehr vollgebufft stun ihn, first, einfach so klein und mind games hat er oh das ist gut der stirbt oh sollte eigentlich oder jetzt kleiner hatte echt peri cox rosen peri cox ich lauf dir mal entgegen das ist ja sonst ein bisschen blöd ja mach das ich glaube das wird nichts ist schon tot bevor ich ankomme und da ist der mich aufhält und der wird vom shadow genutzt dann nicht doch einer auf die flacke er ist doch schon tot ich muss der menschen ach so geht das überhaupt ich weiß nicht mal aber weiß ich versuche mal klar wer sie ja okay jäger hat sie gerade hier hast du hast es noch nicht sie trotzdem mit ich wollte aufmauern bekam der blöde was lehnt man genau politischen was da los ja ich war in tunel und bin dann geschäft kommen wir gerne mal gemeinsam an das hat ja kein wert bist du in einen kackahaufen getreten ja in einen großen an den schurken und abband in den halle ist da noch um nach der schurke der nackt an mir ist ja zum anpassen die kleine hat mich glaubst du bist du nehmen oder was also ich dachte hätte ich schon ja ich hatte jetzt mal noch was mehr sind die flagge kommt uns entgegen finde ich persönlich gut ja ja ich habe schon fast totgewirr klatscht dann gehen wir auch hier raus zu lernen genau oh halt da auch wenn es was soll das was soll das tank holt die tank ne ich hab dir überhaupt gegeben müsstest oh 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 fuck ich bin schnell weg hier da kommt der gegen hunter tank kriegen wir nicht mehr oder und jetzt kommt durch bitte verpisst euch doch soll wenn jetzt nichts kommt dann sind wir durch da kommt garantiert noch was ja ich habe aber jetzt sollte meine güte und noch mal extra schrub die kommen alle auf mich zu und manchmal zu wollen dann weg von mir wenn ich zu versuche zu den leuten zu kommen aber da oben ist doch und die war doch gerade noch das denn ja aber egal lass nur umstehen und ich lass nur rumstehen nee ich hätte grad schwörgeln ich hab da einen gesehen der jetzt gleich die frage nennen ja ein schocker ahja hallo ollie hallo sie ist betäubter äh hopfnuss bin die chaot drauf ja das passiert waren halt was ist passiert bei fortnite unglaublich sag ich hab ihn rausgeholt ich hab ihn rausgeholt ach toll jetzt bin ich hier unten echt auch boah wie sie sich reden riesen alle auf mich zurennen und sich immer heilen und so zocken wo bist du hä was denn kommt das lane ist ja schon unten ne alle unten sind alle unten teile mich schon wieder ah der typ ist wieder da holt unsere flagge er kommt über friedhof die so viel sind aber nicht oder auch nicht na sollten vielleicht doch eine zweite flagge holen ja mhm wäre klug taktisch klug der kommt äh die rampe drauf ja alter schwede also bei dir bleibe ich nicht mehr das wird zu gefährlich aber ich bin hier hinten bei jannik aber irgendwie ist da doof da sind so viele gegner da sterbe ich ja nur alter schwede also bei dir bleibe ich nicht mehr dazu fertig ja du bist aber schon mutig hunter jetzt musste ich mal wirklich alles ziehen hier hat man schon ja bissl habe ich auch noch mitgemacht kam echt alles auf einmal gerade ich gehe mal zu jonathan starten und da ist ein schurker wo ist ja bei hin der der black carrier der entwicklung gut gut er legt aber bei hinter sich auch schon wieder aber das leben ist ja da ha 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 da schurke kommt aber noch mal zum fc der mensch auch wenn ich schneller laufen könnte ja das dürfte er aber hinkriegen jetzt jetzt sind sie wieder mal acht beim eingang bei uns und eine lufer falls jemand irgendwo drauf haben will oder sondern das ist ja aber jetzt ist nichts Bis zum nächsten Mal. 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 Genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich glaube, das haben uns alle so vorgestellt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.